Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers und zu einer neuen Folge Hearthstone Lore. Das letzte Mal sprachen wir über den beschwerlichen Weg des mittlerweile untoten Prinzen Arthas als Champion des Lichtkönigs und seinen Aufstieg zum neuen Herrscher der untoten Geissel. Hiermit beginnen wir das letzte Kapitel unserer Knights of the Frozen Throne Lore Reihe und erfahren heute, wie es mit Arthas nun weiter und auch zu Ende geht. Also lehnt euch zurück und genießt mit mir das Erwachen des neuen Lichtkönigs. Viel Spaß. Nach dem Geschehnissen auf Northrend und dem Kampf zwischen Arthas und seinen Widersachern stand in den östlichen Königreichen die Zeit nicht still. Hortmoor, Tyrande Whisperwind, Malfurion Stormrage und Thrall, Sohn des Durutan, schaffte es, die Burning Legion zurückzuschlagen. Thrall gründete die neue Horde, welche aus Orks, Trollen, Tauren und später auch aus den Untoten der verlassenen Fraktion von Sylvanas Windrunner bestand und erbaute die Stadt Ogrimma. Das trostlose Land Lordaeron, dessen Hauptstadt nun von Sylvanas und ihren untoten Dienern besetzt worden war, war karg und trostlos geworden, dennoch leisteten einige Widerstand, jene, die dem Licht folgten. Der Orden der Silbernen Hand, welcher einst von Uta Lightbringer ins Leben gerufen wurde, hatte immer noch Bestand und versuchte das Land von jeglicher untoter Macht, egal ob sie von der Geisel von Kalthusat oder den Verlassenen von Sylvanas Stamm, zu läutern. Der berüchtigte Paladin Alexandros Morgraine war gefürchtet unter den Untotenreihen, da nicht nur seine Kampfkünste legendär waren, sondern vor allem seine Waffe, Ashbringer, welche seine untoten Feinde in Asche verwandelte. Er hatte zwei Söhne, Renaud und Darion, welche auch zu Paladinen erzogen wurden und noch eine große Rolle zu spielen hatten. Kalthusat, welcher als Arthas nach Northrend aufbrach, zurückblieb, verstärkte seine Position in den Königreichen und errichtete mehrere Stützpunkte und die Hauptuntoten-Nekropole Naxxramas. Doch nicht nur die Zahl der beiden Untoten-Fraktionen wuchs, sondern auch ihr Einfluss in der Welt der Lebenden. Auch das Schreckenslord Balnazar war noch anwesend und schaffte es unter anderem mit seinem dämonischen Einfluss, Renaud Morgraine, seinen Vater Alexandros Morgraine mit seiner eigenen Waffe zu töten. Das brachte Kalthusat mehrere Vorteile. Erstens, wurde Alexandros zeitweise der Führer seiner vier obersten Todesritter Naxxramas? Zweitens, konnte er das Schwert Ashbringer korrumpieren und es für seine Zwecke nutzen? Drittens, brachte der Tod von Alexandros Morgraine Unmut in den Orden der Silbernen Hand, welcher sich nun in den religiösen Kult Scarlet Crusade, geführt von Renaud Morgraine, und den Paladin-Verbund Arjun Dorn aufsplittete, welcher von Darion Morgraine geführt wurde. Und viertens, wurde eine gigantische Gefahr für ihn und seine Einheiten gebannt. Der jüngste Sohn, Darion Morgraine, machte sich auf die Suche nach seinem Vater, zog mit Freiwilligen seines Arch-and-Dawn-Ordens zum schwebenden Zitadelle Naxxramas und fand ihn dort. Alexandros jedoch war unwiderruflich verdammt. Und so brachte Darion ihn zu Fall und nahm die korrumpierte Waffe Ashbringer an sich. Die Seele seines Vaters sprach durch die Waffe zu ihm und erzählte ihn über Renaud und seinem Todesstoß, welchen er durch seinen Bruder erfahren hatte. Als Darion Renaud später zur Rede stellen wollte, manifestierte sich Alexandros Seele durch das Schwert und Renaud wurde von seinem eigenen Vater getötet. Somit war zeitweise nur noch Darion Morgraine übrig, welches sich um eine unmessliche große Untotenarmee zu läutern, selbst mit Ashbringer ins Herz stach und mit diesem Opfer pures Licht auf seine Gegner regnen ließ, aber gleichzeitig das neue Werkzeug von Kel'Thuzad und dem Lichtkönig wurde. Die Gegenwehr der Menschen war somit ziemlich schwach. Und genau zu diesem Moment erwachte er etwas hoch im Norden. Der Lichtkönig Arthas Menethil rührte sich auf dem Frostthron und bereitete seinen Krieg gegen die gesamte Welt vor. Er beschwor die verstorbene Ehegattin von Drachen Aspekt Maligos zurück ins untote Leben und erschuf somit die Frostwormkönigin Syndra Goza. Die untoten Herrscher erkannten ihren neuen alten Herrscher an. Nersul, das Gute in Arthas Herzen, alles war verdrängt und ausgelöscht. Es gab nur noch ihn, den Lichtkönig. Eine unermesslich riesige Zitadelle war um die Eiskrone und den Frostthron errichtet worden und Arthas gewann jeden Tag an mehr Einfluss. Er gewann die Kontrolle über den in Northrend hausenden Zandalari-Trollen, auch Anubarak und seine Eneruba waren rekrutiert und riesige Wraiku, vorfahrender heute lebenden Menschen, welche im Osten von Northrend hausten, spürten die Macht des neuen Wesens und erkannten es in ihrem heidnischen Glauben als Todesgott an. Diese waren empfänglich für seine Befehle oder begaben sich unter anderem mitten unter seine Reihen, um als untote Riesen für den Todesgott zu kämpfen. In der Nähe des Worm-Tempels, ein Ort an welchen Drachen starben, versuchte man Galakrond, den größten Protodrachen, welcher jemals existiert hatte, wiederzubeleben, um ihn zum König der Frostworms zu machen. Auch Kel'Thuzad und seine schwebende Zitadelle Naxxramas war vor Ort und rekrutierte untote Monstrositäten am Fließband. Arthas musste aufgehalten werden, solange es noch irgendwie möglich war. Währenddessen kam ein langen Vergessen aus dem Exil stammender Paladin ins Spiel, welcher eine große Wendung in das Rüsten des Lichtkönigs bringen sollte, Tyrion Fordring. Tyrion bekämpfte die Todesritter aus der Fraktion Abonblade, welche sich über die Gefahr jenen Paladins erkundigt hatten und ihn somit stürzen sollten. Geführt von Todesritter Darion Mograine, wurden allesamt von ihrer Zugehörigkeit von Arthas bekehrt. Als die korrumpierte Waffe Ashbringer seinen Besitzer Darion nicht mehr gehorchte und die Seele des verdammten Vaters zu seinem Sohn sprach und ihm erzählte, dass er und seine Todesritter nur Mittel zum Zweck waren. Arthas persönlich trat auf das Schlachtfeld und Bograine warf Ashbringer dem mächtigen Tyrion Fordring entgegen, welcher somit zu mächtig für Arthas war. Der Lichtkönig zog ab. Und die Todesritter stellten sich aufgrund des Verrats von Arthas und der Bekehrung durch das Licht gegen ihren eigenen Herrscher. Dies erfährt der Spieler beim Durchspielen des Prologs der Todesritter-Fraktion und ist der Grund dafür, weswegen es sozusagen gute, spielbare Todesritter gibt. Tyrion wollte Arthas die Stirn bieten und vereinte die zwei Fraktionen Scarlet Crusade und Argent Dawn und rief zur Gegenwehr nach Northrend auf und gründete jene Fraktion, welche Arthas zu Fall bringen sollte. Argent Crusade. Horde und Allianz legten an Northrend an von Westen und vom Osten und vereinten sich gegen diesen Feind. Viele Angriffspunkte mussten besetzt und Pläne zunichte gemacht werden und das möglichst gleichzeitig. Als sämtliche Angriffspläne durchkreuzt worden waren, feinten sich Allianz und Horde vor den Toren des Lichtkönigs, für einen vereinten Angriff. Highlord Bulwafordragon und Lord Saurfang rückten dem Sieg immer näher. Doch dies änderte sich schlagartig mit dem Erscheinen des Lichtkönigs auf dem Schlachtfeld, welcher alle gefallenen Soldaten schlagartig als seine Sklaven in das untote Leben zurückrief. Der Kampf ging weiter. Doch dann geschah etwas, was niemand vorher gesehen hatte. Putris, der Apotheker der Forsaken-Fraktion von Sylvanas, griff sämtliche Soldaten und und wurde auf dem Schlachtfeld an, in Hoffnung, Arthas mit einer seiner Katapulte treffen zu können. Und das kostete viele der Horde und der Allianz das Leben. Und Bulwafordragon wurde noch zu allem Übel gefangen genommen. Jene verräterische Aktion warf auf die Korrumpierung durch Vare Mastras, dem Schreckenslord zurückzuführen, welcher Putris befallen hatte und um einen Hagen ganz Unterstadt für sich beansprucht hätte. Nach dem Sieg über jenen Schreckenslord, rief Tyrion Fordring zum finalen Kapitel vor dem zweiten Angriff auf Arthas aus, dem großen Turnier des Argent Crusade. Ja, richtig. Die Half-Done-Erweiterung Grand Tournament fand tatsächlich in einem Wrath of the Lich King Patch statt, in welchem die Spreu vom Weizen getrennt werden sollte und nur die Besten gegen den Lichtkönig ziehen sollten. Da alle die fallen würden, natürlich wieder potenzielle Feinde waren. Der Spiele durfte in einem Arena-Raid gegen allerlei böse Gestalten des eisigen Kontinents antreten, darunter zum Beispiel auch Lord Jeroxas, welcher aus Versehen von Wilfred Fizzlebang beschworen wurde. Nun, da das Turnier hinter uns liegt und die vereinte Macht von Allianz und Horte selektiert und bereit war, nähern wir uns dem letzten Kapitel. Der gesamte Orden Arch and Crusade samplte sich vor dem Hauptthorn des Lichtkönigs erneut, um Arthas endgültig zu bezwingen. Der Todesritter Orden Evan Blade schaffte es, währenddessen einen Geheimgang zu finden. Lady Jaina Proudmoore und Sylvanas Windrunner versuchten diesen Geheimweg, um Arthas zu finden, ihn zu meucheln oder in Jainas Fall mit ihm zu reden. Als sie einen großen Saal erreichen, finden sie Frostmourne vor und versuchen mit den bereits verschlungenen Seelen zu reden. Doch nur eine scheint zu antworten. Jene von Uta Lightbringer. Jaina? Jaina, seid ihr das? Uta! Mein lieber Uta! Jaina, ihr habt nicht viel Zeit. Der Lichtkönig sieht, was das Schwert sieht. Er wird bald hier sein. Arthas ist hier? Vielleicht kann ich... Nein, Mädchen. Arthas ist nicht hier. Arthas ist bestenfalls ein kleiner Teil im Bewusstsein des Lichtkönigs. Ein schwindender Teil. Aber Uta, wenn es auch nur ein wenig Hoffnung gibt, Arthas zu erreichen. Ich... Ich muss es versuchen. Jaina, hört mir zu. Ihr müsst den Lichtkönig vernichten. Ihr könnt ihn nicht zur Vernunft bringen. Er wird euch und eure Soldaten töten und euch als starke Verbündete der Geisel wiederauferstehen lassen. Sagt mir wie, Uta. Wie soll ich meinen Prinzen vernichten? Meinen... Reißt euch zusammen, Mädchen. Ihr müsst den Lichtkönig vernichten an jenem Ort, an welcher er sich mit Nasul verbunden hat. An der Spitze des Frosttons. Das ist der einzige Weg. Ihr habt recht, Uta. Vergebt mir. Ich... Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Das Gespräch mit Sylvanos liefern wir nicht anders ab. Der Lichtkönig ist hier? Dann wird mein Schicksal an diesen Tagen erfüllt sein. Ihr könnt den Lichtkönig nicht besiegen. Nicht hier. Ihr werdet einen Nerven, es zu versuchen. Er wird jene, die euch folgend töten und sie als starke Anhänger der Geisel auferstehen lassen. Aber ihr Sylvanas, euer Schicksal wird noch schlimmer als der Tod sein. Es muss einen Weg geben. Vielleicht. Aber wisset eins. Es muss immer einen Lichtkönig geben. Sogar wenn ihr es schafft, Arthas niederzuschlagen, wird ein anderer seinen Platz einnehmen müssen. Ohne die Kontrolle des Lichtkönigs würde die Geisel über die gesamte Welt herfallen, wie Heuschrecken und alles zerstören. Eine Tür öffnete sich und Arthas schritt in den Saal, legte jedoch keine Hand an uns, sondern ließ seine Wachen uns ergreifen. Als wir die Wachen ausgeschaltet hatten, verfolgten wir ihn. Ihr werdet mir nicht so leicht entkommen, Arthas. Ich werde meine Rache bekommen. Ihr werdet euch mir nicht verweigern, Arthas. Ich muss es wissen. Ich muss es einfach wissen. Beim Zweikampf geben die beiden Damen sich schnell geschlagen und fliehen. Seine Stärke hat sich seit unserer letzten Schlacht verzehnfacht. Es wird eine mächtige Armee benötigt werden, um den Lichtkönig zu vernichten. Eine Armee, die selbst größer sein muss, als die gesamte Horde aufstellen könnte. Ich hätte auf Uta hören sollen. Ich musste es einfach selbst sehen. Ihn noch einmal in die Augen sehen. Es tut mir leid. Nun wissen wir, was getan werden muss. Und somit begann der Angriff auf Eiskrone. Mit vereinter Kraft griffen wir Eiskrone an und bekämpften unsagbare Grausamkeiten, welche sich zwischen uns und den Lichtkönig stellten. Lord Marogar, ein finsteres Wesen, welches aus den Knochen von tausenden Abenteurern gefertigt wurde. Lady Death Whisper, die höchste Nekromantin des Kultes der Verdammten, welcher einst von Kel'Thuzad geführt wurde. Deathbringer Saurfang, welcher am ersten Angriff am Wrathgate das Kommando der hordischen Streitkräfte hatte. Gegen Arthas fiel und tatsächlich zum stärksten Todesritter wurde. Professor Putricide, der oberste Professor der Plagenentwicklung und seiner Monstrositäten. Das Blutprinzkonzil und ihre Anführerin Queen Lennithal. Einst mächtiger Elfenmagier, nun gefallene Blutmagier mit vampirischen Fähigkeiten. Die Königin der Frostworms sind Dragosa und schließlich Arthas, der Lichtkönig. Wir nährten uns dem Frostthron und Tyrion trat vor Arthas. Im Hintergrund hang Bolvar Fordragon über dem Frostthron, welche gerade noch so am Leben zu sein schien. Unglücklicherweise wurde Tyrion vor dem Kampf von Arthas vereist und wir müssen uns alleine dem Lichtkönig stellen. Arthas besitzt während des Kampfes wohl einer der interessantesten Mechaniken im ganzen WoW-Universum mit mehreren Phasen. Als er Sieg nahe ist, stoppt Arthas den Kampf und ergreift sämtliche Raid-Teilnehmer mit einem magischen Würgegriff und spricht, dass all jene Teilnehmer hervorragende Todesritter abgeben würden. Und genau an dieser Stelle tritt die Hearthstone-Erweiterung Knights of the Frozen Throne ein. Denn normalerweise wäre es an dieser Stelle vorbei gewesen. Keiner kann mehr kämpfen. Alles verloren. Verdammt dazu, ewig zu dienen. Doch da bricht das Eis von Fawdrings Gefängnis. Er stürmt auf Arthas zu, hebt sein Schwert Ashbringer und zerstört das Schwert Frostmourne. Alle getöteten Seelen werden freigesetzt und Tyrion kämpft zusammen mit dem Geist von Arthas Vater gegen seinen verlorenen Sohn, während wir ihm den Gnadenschoß verpassen und er zu Fall geht. Vater, ist es vorbei? Es ist soweit. Kein König herrscht für immer, mein Sohn. Ich sehe nur Finsternis vor mir. Arthas, der Herr der Geisel, Königsmörder, Verräter, Instrument des Bösen, war besiegt. Ein junger Prinz, nahe am Volk aufgewachsen, der bei der Geburt seines eigenen Pferdes dabei war und auf qualvolle Weise mit ansehen musste, wie es stirbt. Aufgrund dessen mehrere schwierige Entscheidungen treffen musste und aus Wahnsinn sein Volk zu retten nicht sehen konnte, wie er sich in sein eigenes Verderben stürzte. Somit ging einer der größten Warcraft-Charaktere, die es wohl jemals wieder geben wird, zugrunde. Doch eine Sorge gab es noch, wer sollte der neue Lichtkönig werden? Die Last einer solchen Bürde. Ich muss sie tragen. Es gibt sonst niemanden. Tyrion! Ihr haltet ein düsteres Schicksal in euren Händen, Bruder. Doch es ist nicht das Eure. Au, Ivar. Bei allem, was heilig ist. Die Flamme des Drachen besiegelte mein Schicksal. Die Welt der Lebenden ist mir kein Traust mehr. Setz die Krone auf mein Haupt, Tyrion. In alle Ewigkeit werde ich über die Verdammten wachen. Nein, alter Freund. Ich kann nicht. Tut es, Tyrion! Ihr und diese tapferen Helden habt euer eigenes Schicksal. Dieser letzte Dienst ist der meinige. Man wird euch nicht vergessen, Bruder. Ich muss vergessen werden, Tyrion. Wenn die Welt frei von der Tyrannei des Schreckens leben soll, dann darf niemand erfahren, was hier geschehen ist. Sagt ihnen nur, dass der Lichtkönig tot ist und das Bolva-Vordragon mit ihm starrt. Geht jetzt. Verlass diesen Ort und kehrt nie wieder. Liebe Freunde, das war's dann mal wieder mit der heutigen Folge Hearthstone Lore. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Video und der Knights of the Frozen Throne Marathon gefallen hat und freue mich jetzt schon auf eure Meinung. Wenn ihr wissen wollt, wie es mit dem neuen Lichtkönig Bolva-Vordragon weitergeht, mache ich gerne ein Video dazu. Einfach mal nett kommentieren und ich werde sehen, was sich machen lässt. Und nun, happy Hearthstoning und bis zum nächsten Mal, euer Olli, over and out.